Willkommen zu einem Video zu Assassin's Creed Mirage. Ubisoft Forward war gestern Abend am Start. Die haben den ersten CGI-Trailer endlich mal rausgehauen zum Game. Die ganzen Leaks haben natürlich so wie immer gestimmt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach den Trailer einmal gemeinsam an. Ich werde meinen Semm dazu geben, meine Meinung. Ich bin Fan seit 2007 und es könnte das sein, wo wir alle wieder drauf gewartet haben, quasi seit Unity, dass es wirklich back to the roots geht. Mit einem Start, einem Assassin, einem Meister, einer Bruderschaft und das Kedo eben wieder im Vordergrund. Es ist wirklich vielversprechend. Ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding jetzt einmal an. Und dann schauen wir mal weiter. Let's go. Alright, da sehen wir ihn auch schon. Basim. Wie er mit der Bruderschaft da steht. Und quasi sein Gelübde, ich weiß nicht, wie man das sagt, im Abgimmt und der Bruderschaft eben beitritt. Na, storytechnisch soll es ja tatsächlich so laufen, dass man quasi als junger Basim, als Dieb von der Bruderschaft eben rekrutiert wird und dann eben beitritt und den Weg zum Meister-Assassin bestreitet, bis man ihn dann eben in Valhalla dann wieder sieht. Bin mal gespannt, was auch noch so zwischendrin eben passiert. Ja, also für mich, wie gesagt, als Fan von 2007 ist es eigentlich das, wo ich all die Jahre drauf gewartet habe, eben seit die Unity, dass es wieder wirklich back to the roots geht. Eine Stadt, ein Assassin, ein Meister, eine Bruderschaft, das Kedo. Also, das ist das, was ich die letzten Jahre eben komplett vermisst habe. Und ich frage mich einfach tatsächlich wirklich, warum Ubisoft das jetzt macht. Warum bringt Ubisoft jetzt Mirage raus für die Fans, wo wir seit Jahren drauf warten, aber im gleichen Atemzug alle weiteren angekündigten Assassin's Creed, die man dann auch in der Forward gesehen hat, wie Code Red und Code Hexe, dass das wieder so riesengroße Open Worlds werden sollen mit Rollenspiel-Aspekten, was hier in Mirage, so wie sie sagen, gar nicht sein soll. Das verstehe ich nicht, warum die dann wirklich nur einen Ableger jetzt eben in dem Back to the Roots-Modus wieder zurückbringen. Warum ist das so? Verstehe ich tatsächlich wirklich nicht. Was ich auch nicht verstehe ist, warum hat Ubisoft nicht mal einen kleinen, eine-minütigen Gameplay-Trailer mit In-Game-Grafik und wirklichem Gameplay gezeigt. Der CGI-Trailer ist gigantisch gut. Sieht so fantastisch aus. Ich meine, ihr seht es jetzt gerade. Aber warum nicht mal so einen kleinen Sneak-Peak, eine Minute, ein paar Sekündchen, richtigen Gameplay-Trailer, ne? Ähm, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Deshalb immer noch so ein bisschen die Sorge noch mit dabei, weil, ne? Alle, die Assassin's Creed leben, wir haben die letzten Jahre mit Ubisoft miterlebt und was teilweise versprochen wurde, was da nicht gehalten worden ist, wie schlecht Story und 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 alles war, haben wir jetzt in den letzten Games tatsächlich dann gesehen. Also Welten und so weiter können sie. Ich glaube auch, dass Bagdad wird unfassbar geil, dort rumzukraxeln, dort zu assassinieren, schleichen, einfach nur den Parcours. Das wird schon fantastisch werden, so wie, wie gesagt, in jedem Assassin's Creed eigentlich. Aber wenn sie jetzt schon wirklich sagen, Back to the Roots, eine Stadt nur, die ganzen Rollenspiel-Aspekte und 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 gehen weg, dann erwarte ich da wirklich eine grandiose Story mit Basim eben, dass wir da mitfielen können, warum Basim so ist, wie er dann in Valhalla war und und und, das erwarte ich mir dann einfach. Und da liegt dann quasi auch meine größte Sorge, ob Ubisoft das irgendwie generell noch hinkriegt einfach, eine geile Story zu schreiben, wie es mit der Ezio-Trilogie eben war. Das ist so wirklich die einzige Sorge eben, die ich wirklich habe. Ja, aber so, der Trailer verspricht eigentlich genau das, was ich mir immer wünscht habe. Die Bruderschaft ist wieder da. Du hast einen Mentor, wie mit Al-Mualim damals. Du hast diese P da mit dem Blutabstrechen auf der Kehle nach dem Attentat hast du wieder, dass man das quasi auch wieder dem Meister geben muss. Die Parcours-Elemente, die man sieht hier, wo er sich mit dem Fuß von der Wand abdrückt, und das verspricht, alles geile neue Elemente zu werden, die das Verstecken in der Menge, wo du dann, wo der in seinem Cape ist, da raus, zack, dann in dem weißen Cape auf einmal und dann eine Wache nach dem anderen komplett auseinander nimmt. Da erhoffe ich mir auch wirklich wieder irgendwie, dass das Gameplay vom Kampf her auf jeden Fall, wie es in Brotherhood war. Ich glaube, ich bin einer wirklich der wenigen AC-Fans, die sagen, dass das irgendwie am besten gepasst hat, weil so fühlt man sich als Meister mächtig, dass man da mit Konter-Moves die Gegner auseinander nimmt, da die Gadgets einsetzt. Hoffentlich wieder Gameplay nur mit der versteckten Klinge möglich. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Man hat den Adler wieder, der einem den Weg weist. Es ist ja hier die Deutsche jetzt, die Gadgets eben so im Generellen. Es kann wirklich, wenn Ubisoft das hinkriegt, kann es echt ein Feeling wie mit Alter Ea, mit Ezio, kann es wieder bringen. Da muss Ubisoft jetzt aber auch wirklich abliefern und jetzt auch die Szene, die man hier sieht. Ich hoffe, das wird nicht nur einer Cut ziehen, im Game behandelt, sondern ich würde gerne quasi von dem kleinen Dieb den Weg zum Meister-Assassin spielerisch selber spielen. Quasi in Form von geilen Missionen und, und, und. Das, das, da muss was kommen. Da muss was kommen. Also mein Hype-Level ist auf jeden Fall am Start, weil es das ist, was ich mir die ganze Zeit schon wünsche, eben seit Unity. Das kann man nicht oft genug sagen. Und es sieht im ersten Blick mit diesem CGI-Trailer, den wir jetzt eben hier gestern gesehen haben, sieht es eben so aus. Ähm, ja, die Grundsätze auch, die Bruderschaft, ne? Verletzen die die Bruderschaft, kein Töten der Unschuldigen, und, 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 ne? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber auch diese, diese Animation dann, wenn man das Attentat, wenn man das Attentat ausgeübt hat, mit dieser, mit dieser Sequenz, die da kommt und so. Ah, und hier das Gameplay. Das, das sieht eben so danach aus, wie, wie mit Ezio in Brotherhood. Ja, Freunde, was ist eure Meinung? Ähm, also wie gesagt, der Hype ist auf jeden Fall da. So wie es bei jedem AC ist, aber auch immer mit so, so einem, äh, Päckchen Zweifel und, und Sorgen, ähm, äh, noch mit dran, weil Ubisoft eben in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, Assassin's Creed-Technik komplett verkackt hat. Das habe ich auch in jedem Livestream gesagt, oder auch Video, was ich mal gemacht habe, dass, ähm, der Name Assassin's Creed eigentlich gar nicht mehr mit, mit dabei sein muss, sondern dass man das immer erstreichen kann und einfach nur sagen, Black Flag, Odyssey, ähm, Origins oder Valhalla, dass es einfach nur ein Wikinger-Spiel ist, ein Piraten-Spiel ist, äh, ein, ein, äh, Sparta-Spiel ist, ein, ein Söldner-Spiel ist und dass, dass Assassin's Creed einfach zu kurz kommt und das wünsche ich mir, dass es damit wieder zurückkommt, dass Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed ist. Dass wirklich, äh, geile Nebenquests vielleicht mit dabei sind für die Bruderschaft, mit der Bruderschaft, zusammen, ähm, ja, ich, wie gesagt, Hype ist da, aber Zweifel und Sorgen sind auch da. Was ist eure Meinung? Würde mich wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Ab in die Kommentare und wir werden das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf jeden Fall hier weiter, ähm, im Auge halten, was da noch kommt und was das hier ist, das ist auch die große Frage, was, was da dann eben, äh, gezeigt wird, ne? So sieht es aus wie so eine Art, wie so eine Art Dämon oder so, ne? Ich, ich weiß es nicht wirklich. Ich bin, ich bin echt mega gespannt und ich hoffe, es wird geil, 2023 soll's kommen. Hat jemand auf dem Discord schon geschrieben, soll Spring sein. Wäre natürlich geil, wenn's so früh wie möglich kommt, denn ich will das Ding zocken und wenn es raus ist, ich werde es sofort zocken. Ähm, einmal auf YouTube, einmal live mit euch, äh, live mit euch auf Twitch, wie gesagt, seit 2007 am Start. Ähm, ja, es verspricht viel, aber es muss jetzt erstmal richtig abgeliefert werden von Ubisoft mit, mit dem Ding. Ähm, ja. Daumen hoch, kostenlos Abo, wenn ihr nichts zu Assassin's Creed bei mir verpassen wollt. Danke fürs Einschalten. Wie ist eure Meinung? Ab in die Kommentare. Let's go. Ciao.